Das neue Auswärtstrikot für die Saison 2023-2024 ist da. So sieht es aus. Schreibt unbedingt eure Meinung zu diesem Trikot in die Kommentare. Jetzt kommt allerdings erstmal meine Meinung. Natürlich ist das alles Geschmackssache. Aber ich finde es zum Beispiel nicht schlecht, dass man einen dunkelroten Streifen gemacht hat und dann eben den Übergang in das etwas hellere Rot. Das finde ich sehr, sehr cool. Was ich persönlich schade finde, ist, dass man hier hat man eigentlich schon ganz gut angefangen am Kragen mit diesem weißen Absatz. Ich hätte es mir gewünscht, wenn man den wiedergefunden hätte am Ärmel jeweils oder eben auch am unteren Trikot, sage ich mal. Dadurch, dass die Hose eben auch rot ist, wäre das eben nochmal cool gewesen, wenn man rot gehabt hätte. Dann einen kleinen weißen Streifen wieder und dann eben die Hose, damit man einfach da nochmal so einen Abschluss sieht vom Trikot. Das hätte ich persönlich sehr, sehr cool gefunden. Was ich natürlich auch sehr, sehr schade finde, ist, dass das Design...